Was morgen ist, ist morgen. Aber ich darf euch mal sagen, über Facebook und Twitter sind so viele aufwundernde Worte von eurer Fan-Community gekommen. Hier, guckt euch mal das an. Was macht man gegen Lampenfieber, Pfefferminztee und gleichmäßig ein- und ausatmen, aber nicht so schnell? Bachblüten-Rescue-Tropfen hilft beim Menschen und beim Pferd.